Guten Morgen und herzlich willkommen zu Halt's Maul! Ein Podcast, in dem wir genau das Gegenteil tun. Mit mir, der Original GFS, Yvonne Zetel und mir, dem Fashion Monster Meta Morkid. Yippie! Yay! Teil 2, meine Lieben! Es geht in die zweite Runde mit unseren Looks. Und jetzt kommen nämlich die geilen Looks für dich. Yes! Jetzt geht's ran an die Buletten. Für alle, die sich noch erinnern können, wir haben letztes Mal unsere Looks gegenseitig gejudged. Naja, eigentlich haben wir uns wahnsinnig viele Komplimente gegeben und waren so voll geil. Und jetzt kommt der zweite Part. Wir waren gerade bei Episode 5 und wir würden dieses Mal direkt einsteigen, um durch den Rest der Staffel zu kommen. Und zwar direkt mit Episode Nummer 6. Und zwar war das die Snatch Game Episode. Oh Gott. Und die Kategorie ist, Dinner is served. And we ate. Yes, ich will direkt über deinen Look sprechen, weil das ist einer meiner absoluten favorite Looks von dir. Ich bin wahrscheinlich wahnsinnig obsesst mit der Designerin, weil das ist doch die gleiche Designerin wie vom Promo, oder? Genau, das ist Laura Gerte, die hat eine Kollektion gemacht, wo sie ganz viel so Patterns distortet hat und das gehört, dieser Promo-Look und das Kleid gehören tatsächlich in dieser Kollektion auch ein bisschen. Ja, ich, was möchtest du dazu sagen? Ich habe den Look so cool gefunden und ich kann mich noch erinnern, wie du die noch Würstchen gemacht hast im Workroom und im Hotelzimmer, damit du mehr Würstchen auf der Picknickdecke hast. Ja, das stimmt. Und ich meine, das Headpiece ist einfach so smart und dann mit dem Reveal mit der Picknickdecke, this was a great, 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 great Look. And also a great week for you. Ja, das ist auch einer meiner Lieblings Looks von mir. Die Laura macht einfach, von der Silhouette ist dieses Kleid so mega, ich wusste halt, dass sie dieses Kleid hat und dann war ich so, okay, let's do a Picknick-Look und irgendwie habe darauf aufgebaut, habe diese Würste zusammen mit einer Freundin gemacht, mit Ruby, shout out. Habe die Stiefel dazu noch beklebt und das Headpiece gemacht und irgendwie ist es super zusammengekommen. Ich habe mich auch richtig gut in dem Look gefühlt. Ja, es war eine gute Woche für mich, obwohl ich tatsächlich nach dem Snatch-Game überhaupt nicht sicher war. Also ich glaube, wir waren alle traumatisiert vom Snatch-Game, weil man sitzt da und man weiß die ganze Zeit nicht, ob man lustig ist oder nicht, weil niemand lacht. Und ich dachte jetzt natürlich, ich glaube, ich habe sogar geheult nach dem Snatch-Game, weil ich dachte, dass ich total schlecht gewesen wäre. Ja. Und dann war ich nämlich froh, dass die Kategorie, Kategorie, dass die Kategorie, diese war, weil ich wusste, dass ich einen richtig guten Look habe. Ja. Ich bin neben dir gesessen und ich habe die saulustig gefunden. Richtig, richtig geil. Aber wie war es nicht gern für dich? Für mich war es, ich finde es die schwierigste Challenge an sich, weil man ist einfach voll unsicher und man versucht irgendwie lustig zu sein und das Setting ist wirklich schwierig. Und ich war safe in der Episode und ich finde, das war das absolut Fährste. Ich war safe, weil ich war so middle of the road. I think it was fine. Der Edit war sehr nett zu mir, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also sie haben meine guten Antworten reingegeben, die schlechteren nicht. Und ja. What do you think about my look? Before we do that, sorry, you must kurz den Laptop anstecken. The level of unprofessionalism. Far too much. Far too much. Far too much, honey. So. Meta, dein Look. Ich mag die Haare. Ich muss sagen, ich mag den Look nicht so. Ich hab den ehrlich gesagt ein bisschen vergessen. Ich weiß nicht. Also, ich mag die Idee von dem Look, aber dieser Look, das Make-up auch. Ja. Du konntest auch nicht richtig in dem gehen. Nah. It's A for effort. I think this is why, I think the look is why I was safe, to be honest. I think the look was like, oh, okay. Ich würde jetzt was ganz anderes machen. Also, das ist so einer der Looks, wo ich jetzt sage, ich stehe nicht mehr so dahinter. Ich finde, das ist ein cooles Konzept. Das ist eine coole Idee. Ich hab das auch von einem Designer, den angefragt, einem Fashion Designer, der nur so Illustrations macht, ob ich das nachmachen kann. Und er war halt voll obsessed mit dem Look und I was really glad, dass ich ihm irgendwie die Opportunity geben konnte, dass er den Look dann halt in real life sieht und er hat ihn wirklich geliebt. Und ich finde ihn auch cool. Es ist ein cooler Look, aber it's not the strongest. Ich glaube, es ist einfach fast zu abstrakt für das. Das Motto ist so, das ist so ein Motto, da muss man obvious gehen. Genau. Ich hätte fuller, Tessas, Tessas, Bird, Bird Look mit Eye und so weiter, das ist, wie du so einen Look machen solltest. so Eye, 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 Eye. Da sehe ich sogar die Kritik, dass das zu high fashion ist. Da hätte sie mehr Sinn gemacht, als beim Wave Parade, finde ich. Absolut. I agree. Aber, wie gesagt, ich mag die Haare. Wer hat die Haare gemacht? Edu van Gomez. Der hat alle meine Haare gemacht für die Staffel. Ja, stimmt. Ein paar haben Christoph gemacht, aber Edu ist so hauptsächlich. Der Christoph, Ah ja, der Christoph. Der Christoph, mein Freund. Ähm, ja, kann ja auch mal passieren, dass ich besser auf dem Runway aussehe. Einmal. Yes. No, I think you really did. It was a great look. Es ist auch das erste Mal, dass ich ein Moped auf dem Runway trage. Für alle, die es nicht wissen, Moped ist so eine kleine, so eine kleine, so eine kleine Mini-Wig, so eine Bus-Triber-Wig. Ähm, das ist irgendwie ein Moped. Und es werden, es werden noch ein paar kommen, auf jeden Fall. Yeah, no, it's a toot, honey. It's a toot, bitch. Toot. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann direkt weiter, ne? Wir gehen nämlich zu, oh. gleich drei Looks nacheinander, meine Lieben. Das war der Ball. Wir haben gar keinen Namen gehabt für den Ball. Er hat einfach nur der Ball geheißen, oder? Nee, Arm, Arm aber sexy, oder? Arm, also da steht Arm aber geil, Ball. Oh, hab ich Arm aber geil geschrieben? Achso, warte mal, ich glaube der, das Motto für den Design-Look war Arm aber geil, und der Ball, ich meine, die Looks haben auch keinen Sinn miteinander gemacht, das war ja das Problem. Nee, es war, also die ersten zwei, es war so, irgendwie so persönlicher Look, und dann war so Future You, also es war irgendwie so, so deine eigene Geschichte, deine eigene Brand, und dann war es wieder einfach irgendwas. Ja, aber ich weiß noch, wir saßen alle Backstage vor dem Ball und haben überlegt, es muss ja eine Ball-Folge kommen, welche Looks würden zusammenpassen in einem Ball, und wir konnten nicht outfigern, was der Ball sein sollte, und dann hat sich herausgestellt, dass es auch keinen Sinn gemacht hat, so richtig. Wir dachten noch nicht, dass die 3-in-1-Looks in einem Ball passieren, sondern dass es eine eigene Runway wird, aber, ja, da, speaking of, das sind die ersten Looks, 3-in-1. Ich finde diesen Look von dir so geil, diese, dieser Kokon erst mal, ich finde die Color-Story so geil, der Kokon, dann zu diesem Mantel, und dann dieses Denim-Kleid, was, ich liebe dieses Kleid, dieses, wir haben beide Denim-Art auf dem Runway, ist mir aufgefallen, nur du, deins bist du, du bist du besser. Ich liebe den, die Story ist natürlich mega, das ist schon, das war auch so ein Look, wo ich dachte so, oh mein Gott, äh, das ist hier ab, ähm, und du hast wenigstens eine Personal-Story auch erzählt. Ah, 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 yes, es war mir sehr wichtig, mein Name ist Meta Morkit, also die Metamorphose hat irgendwo drinnen sein müssen, und es war einfach die perfekte Opportunity, in einem dreiteiligen Look das zu machen, weil, äh, da, ähm, und ich bin super stolz auf den Look, ich finde es so cool, und ich finde es auch schön, dass einfach, ich meine Geschichte erzählen können habe, in so einem positiven Moment, was man, nicht so ein negativer Crying Moment, but like, in a through fashion, telling a story, und das finde ich, finde ich es cool, und es ist ganz wichtig, auch bei Drag Race, und I love this Look, also, shoutout an Arachne, für what they, they did here, so crazy. Ich glaube, vielleicht ist das sogar mein Lieblings-Look aus der Staffel von dir. Oh, ja, das Schmetterlingskleid ist so, das ist so geil, like, vor allem, das muss man von Nahen sehen, das ist da die, das ist crazy, als ich das gesehen habe, layered and stoned, it's like, it's far possible schade, dass es nur a look in a ball war, weil du die Details dann gar nicht so wirklich mitbekommst. Fand ich auch. Ich war froh. Stellt dir vor, das wäre Rose gewesen. Hättest du auch gewonnen. Now, dein Look, Look, it's not my favorite. It's not my favorite. I get the reference, the Britney Spears reference, ich finde den Reveal zu der Kappe aus Gen, es ist genius. It's genius. Das finde ich so lustig. Ich finde es ein bisschen ill-schapen. Ja. So it's not, it's not really giving. Und dann, what's your personal story? Yvonne, please tell us, you told the judges as well. Genau, also das Outfit ist aus alten Jeans von Freunden und Familien von mir und die mir ganz wichtig sind. Full disclosure, auf diesem Prompt stand irgendwo drei in eins, a personal story in drei Akten. Ich habe das mit der personal story komplett überlesen. Ich habe nur drei in eins gesehen und war so, okay, ich mache da so, ich haue mir da so einen Denim-Look. Weil Denim ist auch super, Yvonne, also ich habe schon früher immer ganz viele Denim-Looks gemacht und ich habe das mit personal story komplett überlesen und dann machen wir uns alle fertig im Workroom und alle so, was ist denn eigentlich deine personal story zu dem Look? und ich habe mich so, und dann habe ich so, und dann du aber on the runway, ohne gefragt zu werden. Ja, und übrigens, bei mein drei in eins Look ist die personal story, dass die Jeans von Familie und Freunden von mir sind. Und Oli waren so, und ich stelle dort immer so People just started to make up stuff They were just like Ja, voll Absolut Das ist ja Lüge Nummer 2 auf dem Oneway von mir Das eine Kleid habe ich auch nicht selbst gemacht Also das waren einfach alte Jeans Ich habe die im Secondhand gekauft und zum Beispiel auch noch zu Hause gehabt Aber ich meine, ich mag die Idee von dem Look Der könnte auf jeden Fall besser executed sein Aber der ist auf jeden Fall der super vintage Also ich sehe auch mit dieser Mit dem Hut und der langen Wig sehe ich aus wie früher Das Make-up dazu auch Also ich sehe aus wie ich früher ausgewählt habe Ja, wie gesagt Concept is there If it was a different execution I think it would be absolutely perfect But for me it's still a good look Like I'm still Like it's a fine look Das Einzige, was mich genervt hat Ich hatte noch Nippel-Pasties aus denim Weil man hat meine Beunepil-Fall gesehen In dem Body-Suit Die habe ich vergessen Und ich hatte mir Ich habe mir eine Rose von so einem Künstler aus Berlin gemacht Der macht so Denim-Sachen Hatte so eine Denim-Rose noch Die ich eigentlich dazu In der Hand halten wollte Und die habe ich voll vergessen Oh no Die ist voll schön Die ist voll schön Ich habe den Namen von dem Künstler gerade vergessen Ich verlinke den auf jeden Fall Ja, hätte es jetzt auch nicht gerettet Aber egal Nee, auf keinen Fall Aber es wäre noch ein schönes Detail gewesen But it was still It was still Whatever Und die Rose war das War hier das teuerste In dem ganzen Outfit Ja, crazy Dann next up in the ball Category is Future Me Wie ist deine Zukunft Es war nicht wirklich so Zugang von einem Drag-Charakter Es war mehr so Just do a futuristic look Auf dem Moodboard waren so Roboter-Looks Mhm So it was like Just do a futuristic look Not really future you Ja, aber ich habe den tatsächlich So interpretiert Dass ich Yvonne in the future gemacht habe Deswegen habe ich da so eine Bionic Milf Habe ich sie genannt Gemacht Und ja, der ist ein bisschen Der ist zwar simpel, der Look Aber ich mag den Weil ich bin die Einzige Die Camp gegangen ist Ich finde, alle haben halt so Irgendwie so High-Fashion-Dystopian Mad Max Gemacht Und ich war die Einzige Die Da den Runway runtergecampt ist Als geile Milf Weil wenn ich Yvonne in 200 Jahren sehe Dann würden die so aussehen Auf jeden Fall Ja Also Den Look Morgi Einfach for the fact What it is Von einem Fashion-Standpoint Finde ich es jetzt Nicht wahnsinnig Impressive Logischerweise Übrigens Der Cutout In dem Bodysuit Da haben wir kurz Vor dem Runway drüber gesprochen Dass du den Cutout noch machst Ist eher so To the bottom part Of your looks Ja Könnte Würde ich jetzt auch nochmal neu Anders machen Aber You live and learn Dein Look hingegen Ist wieder Einer deiner besten Auch Boy-Nippel anzeigen Oder Day-Dem-Nippel anzeigen Das ist Dasselbe Wie bei dir passiert Ich habe auch Paces gehabt Aber ich habe keine Zeit Nimmer gehabt Die raufzugeben Und dann eben Ja Wir haben auch beide Richtig kleine Nippel Fällt mir gerade auf Ja stimmt Kleine Nippel-Gang Ey Ne der ist mega Ich finde von allen Die ist halt Es sind ja alle so Futuristic High Fashion Gegangen Davon ist das auf jeden Fall Der beste Look Die geile Interpretation Das ist auch mit diesem Weißen Make-up Das ist so Aquatic Und Spacey Alien Das Material ist total geil Das war Latex oder so Der Look hat auch gestunken Wie Sau Boah der stinkt so hart Der ist in einem Plastiksack In einem Koffer Im Keller bei mir Weil Girl Das Latex Ich weiß nicht Ob das Latex irgendwie alt war Oder so Es hat so nach Fisch gestunken Ich meine es passt zum Look Es passt zum Look Ja 4D Es ist ein 4D Look Und remember Ich habe so Ich habe für Drag Race So einen Highlighter-Sheen gehabt So ein Öl Das ich mir raufgegeben habe Immer Und das hat nach Kokos gerochen Und du warst ja so Boah Du stinkst So Ja I know right Und dann sind wir zu einer PA hingegangen Und waren so Stink ich wirklich Und sie so Kokos Und du so What the fuck Also das Hat man nicht überriechen können Das war Ein Pungent Smell Aber dafür Dass der Look so geil ist Kann man dir das verzeihen Ja Das war She's serving Fish Curry Fisch und Kokos Das ist ein Arachnen-Look Und das Korsett ist schon seit Jahren irgendwie bei Lunem zu Hause Einer von den Designern Und seit Jahren überlegen wir wie wir dieses Korsett irgendwie umbauen können Und meine erste Idee für den Runway war eher zu machen Dass man Die Welt ist ausgetrocknet Und wir machen einen Desert Look Der so im Wind fliegt Und super Bodysuit in die Richtung Und dann wurde der Budget Und dann wurde der Budget Und dann wurde das Korsett Wir haben dieses Perlen-Korsett Ich glaube wir machen einfach einen Unterwasser-Look Und ich bin so happy With everything Die hat Mega It's just One of my absolute favorite looks Und auch das Make-Up Mit einem schwarzen Das auf dem ganzen Körper ist It's really I'm really proud of that look It was really great Und also von den Aquatic Looks Wir haben ja drei Aquatic Looks gehabt An dem Runway War ich dann auch nochmal so Okay I think mine ist different enough Und Stands above the rest Du hattest so echt auch richtig Glück Dass sie diese drei Looks Oder diese zwei Looks für den Ball ausgesucht haben Weil es echt zwei von dem richtig kleinen Looks war Wieso hast du das gewonnen eigentlich? Looking back The Jury is still out on that one Maybe the next one is the problem Now let's get to our design Looks That we had to make there Where the iconic Yvonne thing Comes from Just give me a second No I deleted it The face crack The face crack Yvonne's face crack kommt Wie sie ja gesagt haben Sie ist in the bottom Yeah Yeah can I talk about your look? Klar I love this look So much The Dior reference in it But like you siehst Dass es Müll ist Aber es schaut einfach so glamourös aus Und es ist wirklich Eine gute Reference Und eine gute Umsetzung Wie du angefangen hast Das Headpiece zu machen War ich so impressed Von einfach dem Skill Von verschiedenen Sachen zu nehmen Das war wirklich You guys don't know But this was Wir haben Müll Das war wirklich Müll Ich glaube es war der Müll Von den Staffeln davor Ja es war wirklich Ein Müllcontainer Mit Müll drinnen Das war dreckig At times Und das so umzusetzen War so impressive To me And Ja I just love this look It's so good Dankeschön Ja ich muss auch sagen Ich war so stolz Auf diesen Look Ich hab mich so geil gefühlt Ich war mir so sicher Dass ich Ich dachte mir halt auch Okay es war ein Ball Aber ich meine Der Designlook sollte Irgendwie am meisten zählen Weil man den vor Ort gemacht hat Und deswegen dachte ich mir Dass ich auf jeden Fall Mindestens in den Top bin Und als sie mir dann gesagt haben Dass ich bottom three bin War ich so Ja Wir waren aber Nur mehr sechs Leute Ja es war bei Default Barbie hat ja auch nochmal betont So nur wenn man im Bottom ist Heißt es nicht Dass man am schlechtesten ist Aber ich war trotzdem so pisst Ich hab auch richtig geheult danach Ja Ich stand richtig heulend In der Dusche im Hotel Dramatisch Ja Weil ich nicht mehr wusste Was ich machen sollte Ne ich bin super Super stolz auf den Look Den hab ich tatsächlich auch mitgenommen Weil lustigerweise Der Look der aus Müll ist Den hab ich nicht weggebrochen Ähm Um den noch zu fotografieren Weil ich den liebe Ich muss eins dazu sagen Ich finde Er readet nicht ganz so gut In Kamera Ähm Wie in echt Ich fand als ich ihn im Fernsehen Dann gesehen hab War ich so ein bisschen enttäuscht Weil er nicht ganz so geil aussah Wie in echt Weil in echt war der nochmal geiler Aber Ja ich find Ich hätte Ich hätte dafür die Staffel gewinnen sollen Absolut Steh dahinter Und dein Look Ich find dein Look Wieder cute und safe Für ein Design Look Ähm Ich find Ja Ich find das mit dem Cage um den Kopf cool Die Haare ballern Es ist wieder ein safer Look Würde ich sagen Oder? Wird so schlimm wahrscheinlich Ja absolut Es war wieder so Ähm I know what I can do Ich hab schon Mich ein bisschen mehr angestrengt Als wie beim ersten Design Weil ich mir gedacht hab Because to me I was like I need to win the ball Like this is I came to Drag Race To win the ball I am trying to sell myself As the fashion queen So I need to really like Go for it Und wie ich den Look dann gemacht hab War ich so I think I'm good Like Yeah My 3 in 1 ist Gorgeous My future is incredible Und dann war ich so I think this look is not gonna It's not gonna be like Oh my god You reinvented the wheel But it's safe And pretty enough That it was like solid And I was also very surprised That I did not win Ähm Und trotzdem Zwei andere Personen gewonnen haben Like also Kelly und Kelly und Pandora Haben den Ball gewonnen Und ich bin echt dann dort gestanden Und mir ist es genauso wie dir gegangen Ich bin dann ins Hotel gegangen Und bin ein bisschen dagestanden Und hab mir gedacht Ähm It feels really weird Right now I don't know Was ich nun machen sollte Was von mir verlangt wird Weil Und da hat meine Kritiken waren You are absolutely perfect Your looks are incredible And this is just amazing So I was like So Ich hab auch keine Kritiken bekommen Wo es irgendwie dann Weißt du was ich mein Wo es Carsten hat We need to see this Or that Ich glaub Wo es mir ein bisschen Das Ich hab mir selbst ein bisschen Ins Knie geschossen Damit Mein Design Das ich gezeichnet hab War ein riesen Ballgown Ich wollte eigentlich Diesen Rock Huge 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 Machen Und hab dann aber einfach Mich umentschieden Weil ich mir dachte Das ist safer For me to do Than the other one Und ich glaub Sie haben dann erwartet Dass ich in dieser huge Gown rauskomme Weil Barbie auch mit mir Gesprochen hat Und gesagt hat Hast du genug Fabrik Blablabla Das ist der Episode Rausgeschnitten worden Und dann waren sie Glaub ich Ein bisschen so Okay whatever But all in all Hat Pandora Absolut verdient Den Ball zu gewinnen Weil ihre Looks Waren absolut Stunner Aber I think There could have been a case For me to win it with Pandora Ich fand halt dein Designlook Stärker als ihren Weil sie hatte Ein Pelz Bikini an Ja Ich find da Das besser war Und ich finde Deine Vor allem deine drei Looks Passen auch tatsächlich Zusammen Was man gar nicht wissen kann Ich mein gut Das kann man nicht planen Aber trotzdem Ist es halt einfach Wie aus einer Collection So ein bisschen Ja Es hat irgendwie dann voll Passt mit den Haaren Die alle verschiedene Türkistöne waren Ja I'm really proud Of that one I felt horrible After it Und ich hab den Look Ganz ehrlich Dann zurückgelassen dort Weil ich so war I don't wanna see this Ever again Because I wanted to win it So badly Weißt du sie machen It was so important To me to win this challenge And then I didn't And I was like Whatever the fuck So I left the look behind Episode 8 Der Roast Der Roast Meine Lieben Der Redemption The huge Redemption Of Yvonne Nightstand Also nicht Redemption Sondern mehr so Es hat irgendwie Die ganze Staffel Aufgebaut So Will she Won't she Will she Won't she Und dann Der Roast Mit dem hast du dann Den ersten Sieg bekommen Ja Ich dachte tatsächlich Nach dem Ball Dass ich fliege Nächste Episode Weil ich irgendwie dachte So okay Es wird nichts mehr Und als sie dann gesagt haben Roast Hab ich auch voll Schiss gekriegt Weil tatsächlich Hab ich einmal einen Roast Davor gemacht In Berlin Und den voll verkackt Und ich war so Scheiße Das war's Leute Peace out Aber wir haben es ja gesehen Und es ist anders gekommen Yes It is Und auch gut Da waren wir schon sehr close Eigentlich Und wir zwei haben darüber gesprochen Dass wir unsere Roast Auswendig lernen Einfach nur um safe zu sein Und um es natürlich Zu deliveren Und ich glaube Das hat uns beiden Sehr geholfen Ja Ich hab am meisten Spaß gehabt In der Episode It was so fun to do it Es war so cool Dann auf der Bühne Ich hab mich so Frei und locker gefühlt Und die Category war Harry Affair Mama that's a boot Mama Mama that's a boot House down That's the According quarterback Realness Das bist du die hässliche Schwester Von deinem Future Me Look That's true True I don't I don't like it at all And I thought Ich mag den Locken auch gar nicht And I was so surprised That they didn't At least critique the look You know Like you winning the roast Because you had the best joke Of the evening Absolutely But I was very surprised That they were like This is just incredible And I was like Really Like Same Same Ich hab diesen Look angezogen Ich war so Der goes my win Ich dachte wirklich Wir haben ja drüber gesprochen In der letzten Episode In der vorletzten Ich dachte ich hab gewonnen Nur weil mein Look In Anführungszeichen Stärker war In my mind Obviously Dieser Look Ich find den echt grausam Zum wegrennen Ja das war heftig Der sieht auch so Der sieht Das sieht aus wie ein Design Challenge Look Find ich Und kein guter Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ich war auch überrascht, dass ich gewonnen habe in dem Look, aber Aber es war für die Storyline einfach das Beste Und du warst da der beste Roast Und ich mag das Make-up, auch wenn das Make-up hässlich ist, aber es war irgendwie fun Und mit den schwarzen Zähnen Ja, dein Look, ich stehe ja immer noch dahinter, dass Kunstpelz keine Haare sind Der Prompt Haare, es waren auch Bilder dazu mit Haaren gegeben Ja, voll Then let's talk about your look You're not even wearing a wig You're wearing a fucking ponytail Und du hast drei Haare streifen, die außerhängen aus dem Quarterback fucking Ding How is that hair? Now explain that to me Es sind Haare Miss Jane Julie Es sind zwei I love that you know this reference The shoulders are not matching in deinem Hips Das sind zwei Packungen Amazon Extensions Ich weiß nicht, was du willst Das sind Haare Nein, das ist von Dein Look ist, der ist natürlich mal wieder unglaublich Ich versuche noch irgendwas daran zu finden, woran ich meckern kann Ich liebe diesen Look, diese Fellgown Es ist auch super schwer, ein Kleid aus Fell anzuziehen und nicht total aufgedunsten darin auszusehen Also, dass es immer noch eine gute Figur macht Das Einzige, vielleicht hätte man es leinen können von innen Weil du das so hoch hältst und man sieht innen die Nähte Oh, es ist geleint Es ist geleint? Das sind keine Nähte Das sind Das ganze Kleid ist mit so Gummibändern zusammengegeben Ach, das ist so geschnürt, ne? Genau, damit Genau, dass es so offen ist Und deswegen Also, es ist geleint It's lined Honey, honey, it's lined Honey, honey, honey No, it's fine No, it's fine Okay It's a good look I like it I don't think it's like an outstanding wow, reinventing the wheel I think it's a good look I love the makeup Echt? Ich wollte gerade fragen, warum dieser schwarze Streit Weil ich Ich hab alle eure Make-ups die ganze Zeit gewechselt Auf extreme Art und Weisen Und I don't really do that in my drag Und dann war ich so Okay, I need to do something Weil wir haben ja davor den Rose gefilmt Und ich wollte nicht das gleiche Make-up haben Und then I just was like I'll just put a black stripe And I really like it It's different Okay It's different for like Du machst der Staffel Drag Race Und es ist Oh, misur, Luke, der bei der Bislang des Make-up hat You know what I'm saying I wouldn't do it Ja, ich hab tatsächlich Ich hab tatsächlich jede Folge Mein Make-up total geändert Which is crazy Ja Und jetzt mach ich Und jetzt nach der Staffel Hab ich das Gefühl Du änderst dein Make-up mehr als ich Weil ich mach nur noch Schwarzes Sworki Ein bisschen über Klitzer Girl, me too Whatever Whatever Ähm Na Die Die Iconic Episode 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 9 Category Is Opera Queens Da ist eigentlich so entstanden Dass wir zu einem absoluten Duo geworden sind Weil wir die Web-Show gemacht haben Wir haben so eine Garde gehabt Es war so cool Mit dir zu arbeiten Das hat richtig richtig Spaß gemacht Ja Und es ist uns einfach so leicht von der Hand gegangen Und wir haben beide so eine ähnliche Work-Ethic gehabt Und waren so We need to get this down We need to get the jokes out You need to be short Snappy Informativ Und let's go Und wir haben einen sehr ähnlichen Humor Wir haben uns verstanden Und das kann man glaube ich Vom anderen Team nicht sagen Deswegen waren wir umso geschockter Als Kelly und Pandora Als safe announced wurden Girl Also ich hab letztes Mal mit Wim drüber geredet Und hab gesagt Es ist eigentlich so Obvious gewesen Weil sie haben gesagt Dass Pandora und Kelly safe sind Und sie haben keine Winner genannt So it should have been obvious To us But we were Not having it Nein Wirklich sauer Ja Weil die Judges waren auch richtig am acten Oh Gott unser Deutsch Äh Die Jury war am Schauspieler Die Johnny hat die ganze Zeit so gemacht Oh man Er konnte mich gar nicht angucken Und Außerdem die Staffel davor Wurden schon so ein paar Shenanigans betrieben Deswegen dachte ich mir so Okay ja das macht natürlich total Sinn Dass sie jetzt beide in den Bottom stecken Was auch What else should happen Ähm Fuck our track Und ich weiß noch Ich saß Bevor es Also bevor wir Quasi wieder auf den Runway mussten Saß ich backstage mit den Girls Und hab gesagt Leute ich zieh mir trotzdem Unter dieses Kleid Nobber was an Falls ich doch lip synchen musste Und alle zu mir so Oh Yvonne Nerv nicht Du gewinnst eh Wehe Dann hab ich Kelly noch mal ein iPod gegeben Weil sie ihr nicht gefunden hat Und dann saß ich so backstage Ich dachte so Oh das ist bestimmt keine gute Idee Kattu Ich steh auf der Bühne Und muss in diesem Fucking Ballkleid Indem ich nicht mal Achtung Indem ich nicht mal Schuhe an hatte Auf dem Runway Weil ich In dem Die ganze Zeit hängen geblieben bin Ich bin barfuß den Runway lang gelatscht Musste ich dann lip synchen Und ich war so Yippie You were pissed Ne weil Die Stimmung Nach diesem Judging War auch Echt im Keller Weil es war nicht sicher Wer genau jetzt in der Bottom ist Ob wir bei Team gejudged werden Oder ob Yvonne Es war klar dass Yvonne gewinnt Das war ganz klar Es war nur so Wer ist jetzt genau in der Bottom You know Ist es Pandora gegen Kelly Oder Ich gegen Kelly Und dann hab dieser Lip sync Und ich war halt voll vorbereitet Ne ich hab die Leggings In dem Ding drinnen gehabt Die war so Bitch I know this song by heart I will fucking kill it Und du so Ah fuck you guys Really Ja Ich muss dafür sagen Dafür war es trotzdem Ein guter Lip sync Und es war jetzt nicht so Also ich hab immer noch Mein Bestes gegeben Und Absolutely Und Kelly meint auch Dass sie Kelly und Pandora In the back sind Auch komplett ausgerastet Die beiden Das war richtig geil gewesen Ja Aber du hast den Lip sync win Auf jeden Fall verdient Ich hätte mich trotzdem Einfach über einen Doppelwin gefreut So wie Immer in dieser Staffel Es Doppelwins gegeben hat Aber dann Suddenly Wie wir zwar gut waren Waren sie so Ne das sind die Regeln Oh now you can Und sind die Pins Leider ausgegangen Ja voll Also die müssen sie Nachbestellen Scheiße AliExpress dauert aber Zwei Wochen Also ja Das ist so Ein weirder win Für mich eigentlich gewesen Und ich hab dir dann Ja die Hälfte Von meinem Preisgeld gegeben Ja das war sehr lieb Ähm This is weird But let's talk about The looks actually This is why we are here Opera Queens Dein Look also Ich muss sagen Ich mag den irgendwie Jetzt wo ich ihn mir Nur mal angucke Der ist so deppert Dass der irgendwie wieder geil ist Und man weiß auch Eigentlich direkt Was du sein sollst Papageno von Die Zauberflöte Ähm Ich find den gar nicht so scheiße Ich glaube das einzige Problem ist vielleicht Die Color Story Ich glaube wenn es eine andere Color Story gewesen wäre Wäre der Look komplett Anders aufgenommen worden Ja I absolutely agree Ähm Wir waren inspiriert von Actual Stoffen Die auf Opernbühnen Verwendet werden Und Haben dann aus lauter Resten Von solchen Stoffen Eben diesen Look zusammengebaut Und To be honest Wir haben das erste Fitting gehabt Und Rackne Und ich haben uns angeschaut Und waren so This is not gonna be like The best look This is gonna be hard to sell But you know Maybe it's gonna be like One of the first runways Where it doesn't really matter Because you're good at the challenge And then it was like Fuck Top 4 Ähm Äh 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 Ich würd's jetzt Ganz anders machen Ganz anders Und ich glaub was Ein Problem war ist Ich hab's alle so Super glamorous Gowns gemacht Und ich hab halt Opernkostüme gemacht So So The judges Were like Category is glamour Und die war so Ja Ich bin halt Papageno So wie er auf der Bühne aussieht Ja Ähm But You know It's I don't I don't like the look Whatever Moving on Moving on To your look Kann ich Kann ich den mal anziehen Ja sehr gerne Ich glaub Der würde mir gut stehen Haha Mein look Ja Ich hab das Ich hab wieder Ich glaub ich hab einfach dieses Das ist so typisch ich wieder Ich hab auch in der Schule Die Aufgaben richtig gelesen Ich hab immer nur die Überschriften Von den Prompts gelesen Und war so Opera Queen Okay Ähm Ich wusste dass Dieses Kleid ist von Bambi Mercury Das hat sie von einer Total Also es hat sie von Noch einer anderen Queen Es ist Kleid ist von Bambi Mercury Und es ist original Von einer ganz bekannten Kostümdesignerin Von irgendeinem Von irgendeinem Musical Oder von einer Oper gewesen Und ich wusste dass sie das hat Und ähm Ich wollte das unbedingt haben Weil ich dachte so Äh Opera Queen Ich bin einfach eine geile Alte Die zur Oper geht In einem geilen Kleid Und dann stehe ich Backstage mal wieder Und alle sind so Ja und was ist deine Referenz Ah ja das und das Und ich so Äh Referenz Müssten wir ja Referenzen bringen Ja Und dann hast du Lorelei gefragt Du Weil Lorelei ist ja Ähm Was ist sie Ähm Theater Ach wie heißt das denn Lorelei ist Dozentin Intendant Intendantin Ne Egal Lorelei ist Lorelei Ähm Und ich so Lorelei Kannst du mir irgendeinen Charakter aus der Oper sagen Der das darstellen könnte Und sie so Äh ja Die fremde Fürstin von Rusalka vielleicht Und ich so Okay 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 Also Ich gehe auf den Runway Keine Schuhe an Barfuß Ich so Gott ich hoffe niemand Sieht meine Barfüße Ähm Wackel da lang Barbie guckt schon so Ich hab das Gefühl Barbie hat gecheckt Dass ich keine Schuhe an hatte Barbie hat mich so ein bisschen Komisch geguckt die ganze Zeit Dann stehen wir auf dem Runway Werden kritisiert Und Barbie so Okay und Yvonne wer bist du Und ich so Die fremde Fürstin von Rusalka Und Barbie Zieht ihr Handy raus No 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 Let me tell the story As it really happened So what really happened was Wir sind auf der Bühne gestanden Bevor sie die Kamera On geturned haben Und Barbie Looked to you And said Und was sollte Deine Oper sein Und du so Ohne den Witz zu machen Die fremde Fürstin Aus Rusalka Und Barbie Puts her Phone out And googelt Looks at Yvonne And goes Hm Und dann Dann ist das Charging gekommen Und dann hat sie Die On-Camera gefragt Und dann warst du so Äh Die 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 Femde Fürstin aus Rusalka So you saved yourself for that Ja und ich muss sagen Ich hab dann als ich nach Hause gekommen Bin die erstmal gegoogelt Nothing like it Nothing like it Ich glaub ich weiß nicht Ob Lorelei mich da Absichtlichen vorgeführt hat Aber nothing Deswegen war Barbie so Okay What the fuck Ja Aber man kann nix sagen Weil der Look ist geil Also ich seh geil aus Deswegen Ich glaub ich haben sie drüber So geil aus Drüber hinweggesehen So wieder Mop Mop it on the runway Mop it alarm Ähm So geiler Look Ähm Das Headpiece hab ich dann Das Headpiece hab ich dazu noch gemacht Das Kleid ist wie gesagt Hat mir die liebe Bambi Mercury gegeben Ähm Und ich bin richtig happy Ich liebe diesen Look Yes I like it a lot too Ich find das passt voll zu einem Es passt voll zu dem Thema Auch wenn es keine Referenz ist Ja Ich glaube auch jetzt Rückblickend Ich hätte einfach sagen können Ich bin einfach eine geile Frau Die zur Oper geht Ich war jetzt glaube ich Nicht unbedingt Trinkend notwendig Eine Referenz zu sagen Aber in dem Moment War ich so Alle haben eine Referenz Voll Absolut Ähm Ich muss dazu sagen Es war so Discharging hat so viel Spaß gemacht Irgendwie Weil even though they read me For filth Ich hab so viel Witze mit ihnen gemacht Und wir haben so viel gelacht Über diesen Scheißlook Und dann auch mit dir Mit diesem Es ist der Charakter Zwinker Zwinker Es hat wirklich Wirklich Spaß gemacht Das war auch Eine meiner Favorite Episodes To do Which is great For a second I was like Oh my god I think they're gonna Put me in the bottom But then I was like No actually I won So that was A rollercoaster Of emotions For me as well Damn And we kissed on stage Remember that Oh yeah Ich hab zwar Die Konsent gegeben Aber ja Shut up At that point I thought I had The Konsent Ja Das war ja Nicht der erste Aber dann lassen Die Fangirls Es ist neu Schickt eure beste Fanfiction an Halsmal At gmail.com Ja bitte And that was Episode 9 We had a great time Wir waren top 2 Ich hab gewonnen Obwohl du auch Gewinnen hättest können Und dann ist The Unfortunate Episode 10 Gekommen Opinion Diese Episode Ey Also ich hatte so Angst Auch vor dieser Episode Zu gucken Weil ich so am Spirern war Ich weiß nicht was mit mir Los war Ich war mir halt sicher Weil diese Superfans Komischerweise Hatte mein Superfan Die Show nie gesehen Und der wusste glaube ich Nicht wirklich Worauf er sich einlässt Und ich war so It's no way Alle anderen waren irgendwie Alle anderen waren ja eigentlich Ganz Die anderen Makeovers Waren ja ein bisschen Into it Und waren gut Und auch ein bisschen Fans von der Show Meiner hatte Keinen Plan von nichts Und ich war so That's it Also it's the rap guys Und dann war der Plottwist Das war wirklich Also es war wirklich Ein Plottwist Weil ich war Wir waren so Okay I think we know How this is gonna shake out Ungefähr From just the first day Of you being like You fucked me over I'm gonna go home Because of this shit And I hate you so much And I will do On camera shit Meta flirtet mit dem Typen I was like girl It was so It was really In Retroperspektive Was so cute eigentlich Dass du so invested Was in this But you felt like I fucked you over Which I didn't try To do at all I mean I understand Now this don't Be even an anderen Lieberkappten But at the end of the day It worked out great for you So Es ist mir auch irgendwann Klar geworden Dass ich mich so Komplett was verrannt hab Es war halt einfach Wir waren schon richtig lange da Wir sind alle auf ein Zahnfleisch gegangen Und irgendwie Hab ich mich da Richtig in was reingespibelt Ich hab mich ja dann auch entschuldigt bei allen Ja und ich muss sagen Ralf hat's am Ende Voll auf dem Runway rausgerissen Und Dann haben wir gewonnen Und Sascha Velo meinte Dass es ihr Lieblingsoutfit Auf dem Runway ist Wo ich mir denke Okay Interessant Ja It was a very interesting episode Zu deinen Looks Augenkrebs I absolutely hate it No I think It's funny It's campy You're selling It's crazy You're selling the fantasy Was du smart gemacht hast Du hast verstanden Wer der Mensch ist Und hast ihm eine Rolle gegeben Die er hundertprozentig erfüllen kann Und wo du dann auf dem Runway einfach Spaß haben kannst Und ihm einfach damit zerren kannst Because It was never gonna happen That he was gonna have fun As the gorgeous drag queen It was just not his thing Which is absolutely fine Ähm Sie haben Mich extrem gejudged Dafür Dass ich so wenig genäht hab Ich find jetzt nicht unbedingt Dass du wahnsinnig viel An deinen Looks genäht hast Und sie haben aber bei dir so getan Als hättest du da Die Pullover selbst gestrickt Naja Ich glaub eher Ich glaub eher das Problem war Dass ich Dass du wenig von dem Dirndl Mit integriert hast Und ich hatte Mehr vom Dirndl integriert Ja Ich glaub es ging denen gar nicht so krass viel Um selber nähen Sondern einfach das Dirndl Diese scheiß hässlichen Das waren auch keine echten Dirndl Das waren Dirndl-Kostüme von Amazon Aus dem billigsten Stoff Ich weiß noch Als sie das revealed haben Im Workroom Wie wir alle zusammengebrochen sind Weil wir nicht mehr konnten Ja normalerweise bei Drag Race Ist es nämlich so Dass du meistens Zwei, dreimal Reaktionen aufnimmst Wo du einfach so excited bist Oder halt uh Oder bla Und an dem Tag waren wir Alle so fertig Und pissed At Production Also wir waren pissed Weil wir dachten Dass das Finale jetzt Dann bei der Me ist Und dann waren sie so Wir machen eine Make-over-Challenge Und wir so Cool Make-over-Challenge Die wir dann selbst nähen müssen Und wir waren so Leute Wir sind komplett fertig Bitte Und dann kriegen wir diese Dirndl Die so hässlich sind Aus denen du nichts machen kannst Und wir waren so fertig And I just remember Uns Wie wir da gestanden sind Und Babi war so Die Make-over-Challenge Und wir so Weil wir sind davon ausgegangen Dass es keine Make-over-Challenge gibt Weil wir keine Looks mitbringen mussten Und weil wir natürlich nicht in Deutschland waren Aber dann kamen ja die Super-Fans rein Ja, die Looks Die sind Ich meine Die sind halt super camp Die sind extremer Mustermix Und Augenkrebs Aber was hätte man Ich glaube Was hätte man auch sonst Aus diesen Sinn machen sollen Und es hat mir halt In die Karten gespielt Weil es dann in diese Rollen Gut gepasst hat Ich finde Mein Make-up Ich sehe voll gorgeous aus Mit den Haaren Mein Make-up Ich sehe aus wie eine andere Person Und Cher Sieht aus wie Pandora Box True Das war auf jeden Fall Der größte Rollercoaster in Emotions Ich konnte Als ich der gewonnen habe Das war nicht gespielt Ich war wirklich geschockt Ja It was crazy Deine Looks Ich muss sagen Ich finde deine Looks mega schön Also dein Make-over sah auch Von allen am geilsten aus eigentlich Das Problem war halt Dass das irgendwie Aufgabe verfehlt war Und da Was hast du von den Dürren drin? Die weißen Rüschen, ne? Das war's Genau, die weißen Rüschen Und er hat nur so A Backpiece dran gehabt An seinem Kleid Weil er so ein Stück Stoff Rangebappt Genau Wo er dann Sein Arsch revealed hat Als Reference zu Detox Und meinem ersten Sewing Challenge Look Ja Das war einfach wahnsinnig Ein Fortschnitt Es war ein Fortschnitt Dass ich die Aufgabe So falsch verstanden habe Irgendwie Und ich war Ehrlich gesagt Einfach mental Komplett am Ende schon Und ich habe es einfach Nicht mehr zusammengebracht Dass ich mich hinsitze Und sage Ich nähe zwei neue Looks Jetzt habe ich gefragt Ob es okay ist Wenn ich Looks verwende Die ich schon mithabe Mir ist gesagt worden Dass es voll okay wäre Wenn ich Looks mitnehme Ich muss sich halt Ein bisschen aufpäppeln Und das Dirndl einbauen Das hat mir auch Babi im Workroom gesagt Und dann war es einfach Ein Fortschnitt Dass ich so eine Themenverfehlung gehabt habe Und dann auch das Ich habe glaube ich Ihn Obwohl wir uns so gut Verstanden haben Als Menschen Ich glaube ich habe Ihn ein bisschen zu sehr Gestresst mit dem Dass es so war Wir sind diese Gorgeous Queens Und diese Boleskertinnen Mit dem Runway Walk Und bla 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 Und ich think I took a little bit The fun out of it For him Und dann wie sie Am Runway so waren So Ja Und für alle die Dass wir so gejudged Werden auf das Wie wir das Dirndl Einbringen Und ich dachte Es ist so Solange der Makeover Geil aussieht You're gonna be At least safe But that wasn't Ja Gut Nächste Folge war Unsere Reunion Ey Ey Die langweiligste Reunion der Welt Ja Unfortunately War das ein bisschen Langweilig Vor allem wenn Olli im Hotel Gesagt haben Sie geben voll Gas Und dann waren Sie Olli leise Und es war so Okay Wie immer Ja ich glaube es wäre Ehe besser gewesen Wenn die nach der Staffel Gefilmt worden wäre Anstatt in der Staffel Weil dann sieht man ja Was die Leute halt Hinterm Rücken Und so sagen Ja Ich finde das Einen super süßen Look Von dir Das ist halt so Ein Reunion Look Da ist man so ein bisschen Das ist nicht ein Wegwerf Look Aber das ist ein Filler Look eigentlich Weil man weiß Man wird nicht Wirklich dafür gejudged Man will gut aussehen Aber man gibt sich Jetzt nicht irgendwie Die krasseste Mühe Ich glaube ich Absolut Aber ich finde das Voll cool mit diesen Es passt auch irgendwie Ein bisschen zu einer Reunion Mit diesen Pfeilen In deiner Brust I was kind of Predicting Predicting my own future Zwei Pfeile Die Mozart Wig ist wieder da Super Das ist nicht die Mozart Wig Shut up Das ist die Pandora's Wig Von der ersten Mini Challenge Die haben wir ausgeliehen Weil ich fast keine Wigs mehr gehabt Aber am Schluss Es war echt Fast gar nichts mehr gehabt Frag mich mal Ich habe drei gestellte Wigs mitgebracht Ich mag deinen Look Voll gern Ich mag dieses Krawatten Ding Voll Ich finde es so cool Sorry Ich mag deinen Look Voll gern Ich finde dieses Krawatten Ding So cool Und wie du sagst Es ist ein Reunion Look Es ist irgendwie so Ja Like It just exists So I think We both did well We look great Ja Ich dachte der Look Passt irgendwie wegen Reading So bis zum Büro Keine Ahnung Wie diesen Krawatten Look Ich habe den mal für ein Uni Projekt gemacht Weil ich finde auch so Krawatten Sachen aus Krawatten machen Ist auch so ein bisschen Design Design Studenten Ja ja Mäßig Aber ja Der ist voll Der ist voll cute Ich mag die Haare dazu Nö Ich Es ist ein Grundsolider Look In dem man sitzen kann Und sich langweilen kann Haha Guadagarella Da hat man auch immer ein bisschen Was zu spielen Mit den Krawatten Wenn einem langweil Wird super Stimmt Ihn mit dem Fall So Und jetzt Der Big Big Finale Unsere letzten Looks Die wir gezeigt haben Unsere Finallooks Deine Version Von meinem Glitzer Runway Vom Sicherheitsdecken Die erfolgreiche Version Das ist eine Schiaparelli Referenz Die wir beide benutzt haben Du ein bisschen erfolgreicher als ich Und ich Ich finde Den so stunning Den Look bei dir Wie Diese Konstruktion von dem Kleid Ist crazy Weil das Ist super schwer gewesen Das so hinzukriegen Dass diese Folie steht Ne Ja Ich finde Das macht halt auch So einen geilen Buddy Mit dieser Silhouette Ich liebe die Haare dazu Dass du diese zwei Die zwei Badges Als Ohrige trägst Das ist so kanti Und ja Es ist Kann man nichts sagen Hands across the board Ich Und zwar Und zwar Zwei Wochen davor Aber deiner In fact Ich denke Ich fände es vielleicht geil Für ein Finale Wenn du nur Lange Gaunt Raus gemacht hättest Voll Ich meine Es hat eine Schleppe Genau Es hat eine lange Schleppe gehabt Ich wollte nichts Langes machen Weil ich war nicht sicher Was der Lip Sync ist Das waren ja auch drei Zips In dem ganzen Kleid drinnen Die alle kaputt gegangen sind Die alle kaputt gegangen sind Und ich in das Kleid reingenäht werden musste Kurz vor dem Runway Aber ich war bereit Ich war like Was wenn der Lip Sync ist Something wirklich kanti Und we need to like I need to move Und then it was like Rise like a phoenix So I didn't have a problem With the dress at all Ne Your dress Is not my favorite To be quite honest It's not my favorite Du hast da viel abgenommen Dort oder? Das war so krass Du musstest reingenäht werden In deinen Look Weil der Zipper kaputt gegangen ist Mir ist der Ich musste reingeklebt werden Ich musste den Look An mein Korsett kleben Weil ich so viel abgenommen hab Bei Drag Race Dass der mir vom Körper gefallen ist Und als ich den davor gefittet hab In Berlin War der hauteng Also ich bin fast nicht reingekommen Ich weiß also Der ist mir echt vom Körper gefallen Und das ist auch ein bisschen schade Weil es ein bisschen von der Form weggenommen hat Der dadurch ein bisschen schlafanzugig aussah Weil eigentlich war der richtig geil gefittet Aber ich hab tatsächlich So krass viel abgenommen Über den Dreh hinweg Dass der nicht mehr richtig gepasst hat Was ein bisschen schade war Viele Leute mögen den nicht so Ich mag den total Weil der halt irgendwie Wieder so ein bisschen clowny Patternmixy ist Ich versteh's auch nicht Ich versteh's auch Wenn das nicht everyone's tea ist Es ist wieder so eine leichte Richard Quinn Reference Ich mag den Look trotzdem Ich hasse mein Make-up da Ich weiß eigentlich Was ich da mit dem Make-up gemacht hab Aber ich bin Eigentlich liebe ich den Look I think it's a solid Solid finale Look Ja ich wollte halt irgendwie Ich wollte kein Kleid machen Ich wollte irgendwas mit Beinen machen Weil ich irgendwie different sein wollte Ich weiß jetzt auch nicht Für ein Finale Ich würde das natürlich auch Heute würde ich es ein bisschen Grander machen Aber an sich vom Konzept her Mag ich den Ich mag auch die gepunkteten Handschuhe dazu Den Look hat Naomi Tarazzi Eine Freundin von mir gemacht Und ähm Ich liebe den Ja Auch nochmal ein großer Shoutout An dieser Stelle An Pandora Weil ich find Ihr Finale Look war so cool Und sie da echte Rüstung angehabt Über dieses Tülding Also dieses Connection Ding War I really really liked That Das war eine echte Das war eine echte Rüstung Die war sauschwer Echte fucking Rüstung Und sie glaube ich hat so Sie hat so am besten Gemacht von uns dreien Irgendwie so To do something Very original Do you know what I mean? Ja I mean deins are original But like Ja aber meins war auch ziemlich referential Ich glaube wir waren beide zu referential Genau Ja Und sie war so Sie war halt einfach sich selbst Und hat einfach Oh Eui eui Also I just love the look I just love Pandoras Finale Look so much Ich finde es so gut Ähm Yes We made it Crazy Trip down memory lane Ähm Wenn ich es mir jetzt so nochmal alles angucke Fand ich es eigentlich Wir haben Wir haben richtig Gesurft eigentlich Wir haben so viel Variety gezeigt Ähm Ich bin richtig stolz Auch Ich bin auch stolz auf mein Package Weil ich habe ja schon mal erwähnt Ich hatte kein Geld Ich habe am wenigsten Geld von allen ausgegeben Und ich finde dafür habe ich grundsätzlich diese Looks abgeliefert Ähm Die würde mich freuen In der Zukunft vielleicht nochmal eine Chance zu haben Mein Stil Elevated zu zeigen Mhm Aber an sich bin ich voll stolz auf uns Haben wir richtig gut gemacht Und ich finde auch Dass wir als Top 3 Eine richtig starke Top 3 sind Ja Find ja Absolut I love Also ich habe schon lange nicht mehr die Looks angeschaut Schon lange nicht mehr darüber nachgedacht auch Ähm Muss ich jetzt sagen Jetzt wo wir so durchgegangen sind Ähm Bin ich eigentlich wirklich stolz drauf Wir haben das gut gemacht Wir haben das Beste gegeben Highs Lows Ja ich finde gerade Du kannst mega stolz sein Du warst irgendwie immer die Fashion Queen von der Season Und ich fand es richtig Ich war jede Woche Ich habe mich richtig gefreut zu sehen Was du anziehst Auch wenn es natürlich immer ein bisschen Man sich geärgert hat Weil es immer besser war Als man selber Aber es hat einfach Spaß gemacht Dir jede Woche zu gucken Was du anziehst Oh Thank you Thank you so much Ja No Ähm Ich glaube an dieser Stelle Sollte man auch nochmal sagen Wir sind super 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 dankbar dafür Dass wir Drag Race machen durften Und das Ganze erleben durften Es hat auch eigentlich Wahnsinnig viel Spaß gemacht Das Ganze vorzubereiten Die ganzen Looks zusammen zu bekommen Es war natürlich stressig Aber so eine Opportunity zu bekommen Ist einfach A once in a lifetime Maybe twice in a lifetime Hopefully At some point Maybe Twice Fourth Wenn man Jujubee ist Ja vorher Vielleicht dann Äh Usbekistan versus the world Ähm Vielleicht schafft man es ja irgendwann nochmal bei Allstars Und ich glaube man lernt halt auch viel 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 über sich Und seinen Stil Wenn man so So viele Looks in so kurzer Zeit Zusammen bringen muss Und ich finde es schön Dass wir gemeinsam Darauf zurückgeschaut haben Und dass wir eigentlich so ein positives Fazit Aus dem Ganzen ziehen konnten Ja es war jetzt einfach Es war gar nicht so schade Wie ich dachte Aber ich Man kann ja auch mal nicht zu erinnern Das war die dritte Episode von Halt's Maul Bitte lasst uns eine 5 Sterne Bewertung da Folgt uns auf allen Podcasts Medien die ihr habt Folgt uns auf Instagram für alle Updates für zukünftige Episoden und auch Shows Kommt live vorbei einmal bei uns Wir freuen uns auf die nächste Woche Wir sehen uns in zwei Wochen wieder Mit einem neuen Thema Das wahrscheinlich dann nichts mit Drag Race zu tun hat Weil jetzt sind wir dann vorbei Jetzt haben wir das dann auch besprochen Meine Lieben Kein Bock mehr Kein Bock meine Lieben Wir möchten Danke sagen Das war Halt's Maul Tschüssi Bye Bist du Bye Bist du 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 Bist du